Dresden, seid ihr alle da? So muss es sein. Es ist mir eine Ehre, es ist mir eine Freude, heute hier, Maximilian K. ansagen zu dürfen, heute hier zum Nationalfeiertag. Das ist das, was uns vereint. Ja, hallo liebe Freunde, es ist immer schön, am 3. Oktober hier zu sein. Denn wir feiern nicht irgendwelche Politiker, wir feiern vor allen Dingen uns selbst. Für das, was uns geglückt ist, 1990 und seitdem. Wir haben es heute wieder erlebt, im Landtag war die Veranstaltung der Politiker, aber die Veranstaltung des Volkes, die es hier auf dem Platz, und so auf dem schönsten Platz, den Sachsen und Deutschland zu bieten hat. Und dieser Platz ist das Ergebnis vor allen Dingen von Bürgersinn. Es geht los mit einer Bürgerinitiative, die diese Kirche wieder aufgebaut hat. Und es geht weiter mit einer Bürgerinitiative, mit einer Bürgerinitiative, die beschlossen hat, dass historische Fassaden schöner sind als Investorenarchitektur und Sichtbeton. Und genau deshalb ist Dresden ein Zeichen für ganz Deutschland und darüber hinaus, weil wir uns durchsetzen gegen das, was die vermeintlich Schlauen, die vermeintlich Mächtigen und die vermeintlich Weisen sagen, weil wir zeigen, was in uns steckt und weil wir aus unserem Anstand und unserer Überzeugung etwas aufbauen, was Bestand hat und was das überdauert, was die anderen uns einreden wollen. Und diejenigen, liebe Freunde, die 1990 gegen die Wiedervereinigung waren, die gibt es immer noch. Sie waren damals schon herrschend in den Redaktionen und Fernsehstationen. Sie haben damals schon die Mehrheiten in den Parlamenten gehabt. Und sie waren schon damals viel klüger und edler als wir alle. Aber am Ende ist die deutsche Einheit gekommen. Und genau deshalb werden auch heute wieder diejenigen, die meinen, sie sind stärker, schlauer und moralischer als wir verlieren. Und wir werden, so wie wir 1990 das einheitliche Deutschland bekommen, auch jetzt wieder ein starkes, souveränes und glückliches Deutschland schaffen können. Wir sind deshalb stark, weil wir Werte und Prinzipien haben. Wir glauben an das deutsche Volk und das deutsche Volk, das ist nicht einfach die Bevölkerung. Zum Volk wird man dann, wenn man gemeinsame Überzeugung und ein gemeinsames Bewusstsein hat. Und ja, meine Damen und Herren, und ja, lieber sächsischer Verfassungsschutz, zum Volk wird man auch deshalb, weil man eine gemeinsame Ethnie ist, weil man eben über Generationen zusammengehört und gemeinsame Werte teilt. Und wir halten daran fest, dass es in Deutschland ein deutsches Volk gibt und von dem geht die Staatsgewalt aus. Und da lasse ich mich gern für beschimpfen. Weil ich weiß, dass ich meinen Vater 1989, 90 genau dafür von denselben Leuten hat beschimpfen lassen. Aber es sind eben am Ende diejenigen, die daran glauben und die das wissen, die gewinnen und nicht die anderen. Und heute erleben wir, wie doch der Impuls, den wir hatten 1990, oft stecken geblieben ist. Ich muss es zugeben, wir waren alle nicht selbstbewusst genug und wir haben alle nicht hinterfragt, was da oft aus Westdeutschland gekommen ist. Das ist überhaupt kein Vorwurf an diejenigen, die aus den alten Bundesländern gekommen sind und sich hier bei uns eingereiht haben. Aber es ist eine Feststellung, dass nicht alles glänzt, was Gold ist und dass auch die Bundesrepublik nicht das Reich Gottes auf Erden geworden ist, sondern es ist ein durchaus auch verbesserungswürdiges und auch mangelbehaftetes Land, und es ist ein uns, es weiter zu betreiben und zu verbessern. Und gerade die Erfahrungen der Wende, aber auch die Erfahrungen der DDR, die Entbehrungen, das Zusammengehörigkeitsgefühl, das Wissen um das, was man ist und dass man geeint den Feind schlagen kann, das tut diesem Deutschland, dieser Bundesrepublik gut und deshalb bringen wir es aus Sachsen ein, laut und deutlich. Es gibt, wenn man über Deutschland spricht, viele Möglichkeiten, was dieses Deutschland sein kann. Für uns als Sachsen-Mitteldeutsche ist es immer klar, wir wollen in der Mitte sein, wir wollen gute Partner sein, nach links und nach rechts, nach Osten und nach Westen. Gibt das schöne Symbol dafür, finde ich immer, ist das Völkerschlagdenkmal in Leipzig. Da sind, das spricht jetzt nicht für unsere sächsischen Vorfahren, wir auf der Seite Napoleons hereingegangen und auf der Seite der Preußen und Russen wieder rausgekommen. Liebe Freunde, in gewisser Weise sind auch wir politisch seit 2015 auf der Seite Napoleons in die Auseinandersetzung reingegangen und kommen jetzt heraus, auf der Seite der preußischen deutschen Ideale mit Freundschaft zu Russland. Weil wir wissen, dass Deutschland, dass wir ein Deutschland wollen, das frei ist, das ganze Deutschland soll es sein, ein Deutschland, das ausgleicht, ein Deutschland, das nach Ost und West die Hände ausstreckt und das kulturell in beide Richtungen agiert und auch aufnimmt. Wir wollen eben nicht ein Rheinbund sein, ein Land ohne eigene Identität, das dann, ob aus Brüssel oder Paris regiert wird, sondern eins, das in der Mitte dasteht und mit seiner Kultur, seiner Liebeswürdigkeit, seinem Erfindungsreichtum, seinen Gedanken und seinen Menschen um uns herum inspiriert und das Land und den Kontinent friedlicher macht. Und genau deshalb sind wir auch EU-skeptisch, weil die EU nichts anderes ist als der alte Rheinbund. Es geht bei der EU nicht darum, dass Deutschland stark und wohlhabend ist, es geht bei der EU vor allen Dingen darum, dass Deutschland eingehegt, eingebunden, dass die starke Mark verwendet wird, damit eben Deutschland nicht wirtschaftlich den Kontinent dominiert und dass da Wohlstand abfließt. Und dazu sagen wir, nein, wir wollen kein Europa, das darauf baut, dass wir klein, schwach und arm gehalten werden, sondern wir wollen ein Europa, wo unsere Kraft genutzt wird, damit alle etwas davon haben, weil das geht eben nur mit Selbstbestimmung, mit Souveränität und mit Patriotismus. Und die Kraft, die das schafft, die ist es wie zu den Befreiungskriegen, wie später bei der Reichseinigung 1871, auch wenn da die Fürsten noch eine Rolle spielten, es ist eben das Volk. Vom Volk geht die Staatsgewalt aus. Und Jens Mayer bei euch im Bundestag steht über dem Reichstagsgebäude ja dem deutschen Volke. Und dieses deutsche Volk, liebe Freunde, das seid ihr. Wir sind das Volk, weil wir an dieser Tradition festhalten und weil wir für dieses Land, diese Geschichte und diese Kultur schwärmen, weil wir wissen, dass es das ist, was uns erhebt, was uns zusammenführt, weil wir einen Sinn noch dafür haben, was unsere Vorfahren geschaffen haben, weil wir es erhalten und weitergeben wollen, weil wir genau wissen, dass auch unsere Kinder daraus ihren Sinn und ihren Aufstieg gewinnen werden. Und das unterscheidet uns von all jenen, die meinen, ein Leben ohne Geschichte, ohne Kultur, das sei erstrebenswert. Es unterscheidet uns von denen, die in Chemnitz, nachdem ein unserer Mitbürger Opfer eines Messerangriffs geworden ist, sich lieber zum Kampf gegen rechts als zum Konzert für Deutschland gefunden haben und die dann zu irgendwelchen widerlichen, ich-schlag-das-Messer-in-die-Polizisten-Fressen-Gesängen da herumgehüpft sind. Liebe Freunde, wollen die mit uns ein Volk sein? Nein. Wollen wir mit denen ein Volk sein? Auch nein. Aber wir wollen ein Volk sein, das in Einheit steht mit unseren Vorfahren, unseren Vätern, unseren Müttern und das wir dann weitergeben an unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Deshalb ist unsere Botschaft... Und deshalb ist unsere Botschaft ja eine positive Botschaft. Wir sind nicht diejenigen, die kaputt machen wollen. Wir reden nicht von Hetze, wir reden nicht von Hass, liebe Freunde, sondern wir reden davon, dass der innere Mensch den äußeren Menschen formt. Wir reden davon, dass das, was wir ererbt haben und das, was wir geschaffen haben, uns zusammenschweißt, dass wir jeden Tag sehen können, was wir sind, dass wir stolz darauf sein können, dass wir selbstbewusst sein können, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Und weil wir in den 90er Jahren erlebt haben, dass man es geschafft hat, uns Sachen einzureden, die uns nicht gut getan haben, sind wir jetzt so weit, dass wir wieder selbstbewusst geworden sind. Und es ist zur Zeit, ein politisches Qualitätsmerkmal aus Sachsen zu kommen. Und ich teste das gelegentlich, wenn ich angesprochen werde, ob in Frankfurt oder auch in Belgien. Man fragt ja, für welche Partei sind Sie denn im Europaparlament? Dann kann ich immer lächeln und kann sagen, wissen Sie, ich komme aus Sachsen. Dann sollte das doch klar sein. Und meine Damen und Herren, jeder von Ihnen weiß es auch, wenn Sie im Urlaub sind, im Harz, an der Ostsee, im Schwarzwald, und Sie werden gefragt, die Zeiten, wo der Kopf unten war, sind vorbei. Der Kopf ist oben und das Rückgrat ist durchgedrückt. Deutschland braucht Sachsen. Und das wissen die meisten auch mittlerweile. Und deshalb lassen Sie uns auch nicht unterbringen, im Übrigen, wenn Sie sich das an die anwesenden Parteifreunde sagen darf, auch die AfD Deutschlands braucht die AfD Sachsen. Sie braucht nämlich unseren Geist. Sie braucht unseren Geist der Einheit. Sie braucht unseren Geist der Kameradschaft. Und sie braucht unseren Geist des Optimismus. Und aus dem Grunde geht von hier und heute ein Impuls aus. Wir haben heute, da bin ich sicher, das größte Bürgerfest, das ohne staatliche und ohne Steuergelder irgendwo auf einem deutschen Platz zum Tag der Einheit organisiert wird. Wir haben ein Bürgerfest, wo echte Bürger da sind, nicht nur irgendwelche Eingeladenen. Wir haben ein Bürgerfest, das die ganze Breite der Gesellschaft abbildet. Wir sind die Patrioten, wir sind stolz auf dieses Land. Aber weil wir stolz auf dieses Land sein, wollen wir es verändern und wir wollen es vor allen Dingen Politikern wegnehmen, die nicht stolz auf dieses Land sind. Ich war vorgestern zum Bürgerdialog des Europahauses in Leipzig. Und man hat unter anderem war anwesend die sächsische Justizministerin Meier von den Grünen. Wer da gutt, kann ich nur sagen, niemand hat sie gewählt, aber die CDU hat sie in die Macht gehoben. Wer CDU wählt, kriegt grüne Justizminister. Das muss man sich einfach merken. Es war die grüne Justizministerin da. Es war der stellvertretende Oberbürgermeister von Leipzig. Es war eine Vertreterin des Auswärtigen Amtes und der Europäischen Kommission. Und der Moderator fragte alle zu Beginn, als was fühlen Sie sich? Leipziger, Sachse, Deutscher oder Europäer? Meine Damen und Herren, keiner hatte gesagt, ich fühle mich als Deutscher. Das Maximum war die Dame des Auswärtigen Amtes, von der ich es am wenigsten erwartet hatte. Sie sagte, ich bin deutsche Europäerin. Ansonsten wollte niemand Deutscher sein. Meine Freunde, wir wollen Deutsche sein und wir wollen in diesem Land deshalb etwas zum Guten verändern. Und ich sage das auch in Sachsen, wenn wir jetzt auf 30 Jahre Wiedervereinigung zurückschauen, dann können wir natürlich stolz auf das sein, was wir hier sehen. Blühende Landschaften am Dresdner Neumarkt sicherlich. Aber das ist nicht das ganze Bild. Ich bin unlängst nach Zittau gefahren. Und wenn ich durch Sachsen fahre, dann fahre ich gerne mit der Bahn. Aus dem ganz einfachen Grund, weil man mehr sieht. Und hinter Bischofswerda bis Zittau ist jeder Bahnhof geschlossen und in jedem Bahnhof die Fenster zugenagelt. Und wenn Sie in Zittau aussteigen, dann laufen Sie in die wunderbare Innenstadt an der aufgelassenen und langsam verfallenden Zentrale der Ruhrwerke vorbei. In Bischofswerda, wo der Bahnhof noch geöffnet ist, Stand 1, der Fortschritt Landmaschinenbau, der die halbe Welt mit Traktoren und Mähdrecher versorgt hat. Alles vorbei. Von den 500 größten deutschen Unternehmen sind noch 5 in Sachsen ansässig. 3 davon sind kommunale Versorgungsunternehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist keine eindeutige Erfolgsgeschichte, was hier seit 1990 geschehen ist. Es ist sehr wohl eine Geschichte mit Licht, aber auch mit Schatten. Und der Grund daran, der Grund dafür, dass wir diesen Schatten haben, liegt nicht daran, dass die Menschen schlecht gearbeitet haben. Es liegt auch nicht daran, dass die Produkte schlecht waren. Es liegt sehr wohl an den Fehlern, die nach 1990 gemacht wurden. Denn wenn wir in die Tscheche Republik schauen und nach Polen schauen, dann gibt es die Industriebetriebe ja noch. Dann gäbe es noch Fortschritt Landmaschinen und die Rohbuhrwerke. Es sind Fehler gemacht worden und wir sollten den Mut finden, auch über diese Fehler zu sprechen. Und es sind Fehler gemacht worden, die viele dafür gesorgt haben, dass sie ihren Selbstbewusstsein verloren haben. Viele der Industriearbeiter aus Bischofswerda, aus Neustadt, aus Zittau sind oft 3-4 Mal arbeitslos geworden. Sie haben sich neue Arbeitsplätze suchen müssen. Sie sind gependelt. Sie haben Arbeitsplätze angenommen, die weit unter ihrer Qualifikation stehen. Sie haben ihren Kindern gesagt, wenn du was werden willst, geh weg. Auch das gehört zur deutschen Einheit, meine Damen und Herren. Und deshalb heißt es, Politik zu machen, sich nicht hinzustellen und auch an einem solchen patriotischen Tag nur zufrieden zu sein. Sondern es heißt auch zu sagen, Schluss mit diesen Lügen. Schluss mit diesem Einreden, das es an uns gelegen hat. Befreien wir uns davon, dass unsere schlechte Arbeit, unsere schlechten Produkte und unser mangelnder Fleiß dafür verantwortlich war. Es war falsche Politik in nach der Wendezeit, die so viel kaputt gehen lassen hat. Und wenn wir das erkennen, dann sind wir auch bereit zu sagen, diese Politiker, die das gemacht haben, sie sind nicht unfehlbar. Und wir haben bessere Politik verdient. Wir haben eine Politik verdient, die dafür sorgt, dass es auch hier in Sachsen wieder Zukunft gibt. Dass es Arbeitsplätze gibt. Wir haben eine Politik verdient, dass man den Menschen und vielleicht auch mal im Rheinland und in Schwaben sagt, wenn du was werden willst, geh nach Sachsen. Jawohl! Und aus diesem Grund, meine Damen und Herren, wehren wir uns gegen die jetzige Politik. Wir sind nicht nur diejenigen, die den Patriotismus hochheben und nicht an die Menschen, an ihre Arbeit und ihre Häuser denken. Schauen wir uns doch um. Wir haben in Sachsen zwei Industriezweige, die gerettet sind. Wir haben die Energiewirtschaft in der Lausitz und wir haben ein bisschen Automobil und Automobilzuliefererindustrie in Westsachsen. Und jetzt kommt die Klimapolitik der Europäischen Union, Deutschland federführend. Jetzt kommt eine Ursula von der Leyen, die sagt, die Industriebosse hätten bei ihr angerufen und um höhere Klimaschutzziele gebettelt. Und meine Damen und Herren, ich weiß nicht, was diese Industriebosse getan haben, aber ich weiß, dass die Energiearbeiter der Lausitz und dass die Arbeiter in den Metallunternehmen Westsachsens nicht darum betteln, auch noch arbeitslos zu werden. Und deshalb bin ich gegen diese Politik. Es ist eine Politik, die uns auch noch das wegnimmt, was wir gerettet haben und die dafür sorgt, dass der Wohlstand und damit auch die Zukunft in Sachsen noch schwerer zu verteidigen sind. Wir als AfD in Sachsen kämpfen deshalb für die Arbeitsplätze, weil wir eine Zukunft im Land brauchen. Unser Patriotismus, er macht Sachsen liebenswert. Unser Patriotismus sorgt dafür, dass wir heute hier unsere Wiedervereinigung feiern können, ohne dass irgendwelche Antifanten uns bedrohen. Der Platz für uns, liebe Freunde. Der Platz für uns. Das ist noch nicht mal in Leipzig möglich. Aber wir wollen auch in einem Land leben, wo es Wohlstand gibt, wo es Freiheit gibt, wo es Zukunft gibt, wo die Menschen gern ihren Kindern erzählen, baue hier was auf, es hat Bestand. Und deshalb wehren wir uns eben gegen eine Politik, die in den 90er Jahren bereits zur Deindustrialisierung geführt hat und die jetzt dabei ist, das, was übrig geblieben ist, auch noch kaputt zu machen. die auch diejenigen, die es geschafft haben, wieder was aufzubauen, bedrohen. Und das beginnt nicht mit Corona, aber es hat auch was damit zu tun, aber es beginnt eben mit Klimaschutz, mit Übersteuerung. Es beginnt damit, dass ihr herangezogen werdet für einen Wiederaufbaufonds der EU, um reichere zu unterstützen, als ihr das seid. Es beginnt damit, dass man euch die höchsten Steuern und Sozialabgaben abpresst und sie ausgibt für Leute, die nie eingezahlt haben. Es beginnt damit, dass man euch ein erklärt, dass es in Ordnung ist, wenn ihr 800 Euro Rente bekommt, aber ein minderjähriger, unbegleiteter, 25-jähriger Flüchtling 5.000, meine Damen und Herren. Und diese Ungerechtigkeit prammern wir an, weil wir ein gerechtes Land wollen, und zwar ein Land, in dem es nach Lebensleistung geht, nach Qualität, nach Charakter und nach Einsatz fürs Gemeinwesen. Jawohl! Deshalb sind wir sicher keine Sozialisten. Wir haben noch nicht vergessen, wie Dresden aussah, als die Sozialisten das Sagen haben. Aber wir sind eben der Meinung, dass in unserem Land wir selbst entscheiden müssten und nicht irgendwelche Globalisten am anderen Ende der Welt. Wir sind derwohl dafür, dass wir die Marktwirtschaft brauchen, aber wir wollen die Marktwirtschaft für den Handwerksmeister und nicht für die Großbank. Wir wollen die Marktwirtschaft für den lokalen Mittelstand und nicht für das globale Unternehmen, das dann wie zum Beispiel Sieben sich Geld dafür geben lässt vom Steuerzahler, dass es den profitablen Standort in Gürlitz nicht zu war. Wir wollen den Handwerksmeister und den kleinen Unternehmer, der für den Fußballverein und die Feuerwehr spendet, unterstützen und ihm mit Steuerfreiheit sein Geschäft erleichtern, aber sicherlich nicht ein Konzern, dessen Vorstandsvorsitzender sich seinen Namen, Josef Käser, in Joe Käser, umwandelt, nur um etwas weniger deutsch und etwas internationaler zu erscheinen, meine Damen und Herren. Wir pfeifen auf solche Leute, weil sie wissen, dass es auf uns anfängt. Und um es kurz zu sagen, wir wollen einfach ein Land, wo die Menschen glücklich das leben, wo sie leben, wo ihre Vorfahren gelebt haben und wo es weitergeht. Und ich sage das auch, das ist im Übrigen sehr wohl ein Angebot für Leute, die nun einmal zu uns dazugekommen sind. Wir haben in Deutschland nach 1990 Millionen Russlanddeutscher aufgenommen und ihr wisst ganz genau, das waren in der Regel mehr Russen als Deutsche. Aber was ändert nichts daran, dass diese Leute heute so bei uns angekommen sind, dass sie uns bereichern, dass wir uns an den Bahnhof stellen müssten, wenn sie anfangen würden, wieder wegzufahren, weil wir sie hier behalten wollen. Und nichts für Ungut, die wählen ja auch alle AfD. Es ist ja also überhaupt nicht so, dass nur deshalb, weil wir Patrioten sind, weil wir Heimat verbunden sind, dass wir deshalb in irgendeiner Form böse Menschen werden oder es nicht schaffen würden, Leute, die sich bei uns anpassen und einpassen wollen, nicht aufzunehmen. Aber wir wehren uns doch dagegen, dass es jetzt heißt, wir müssen zurückstecken für jeder Mann, der da herkommt und sich überhaupt nicht einpassen will. Wir wehren uns dagegen, dass wir unsere Art zu leben, unsere Art, unser Vaterland zu leben, überhaupt unsere Art, uns selbst zu regieren, dass wir das alles aufgeben müssen, nur weil Frau Merkel der Meinung ist, sie müsse zwei Millionen Leute in Sozialsysteme einwandern lassen, die ohnehin schon überlastet sind. Wir wollen eine Politik der Ordnung, eine Politik der Gerechtigkeit, wo Leistungen etwas zählen und wo derjenige belohnt wird, der sein Leben fleißig, anständig, arbeitsam hinter sich gebracht hat. Und deshalb sind wir ja so massiv dagegen, dass wir jetzt in eine Gesellschaft hereinkommen, wo politische Posten nicht mehr nach Intellekt, sondern nach Quote, wo kulturelle Leistung nicht mehr nach Geschmack, sondern nach irgendwelchen absurden sexuellen Vorlieben gebracht wird und wo es mittlerweile so weit geht, dass derjenige alles bekommt, nur nicht der, der hier aufgewachsen ist und hier seinen Beitrag geleistet hat. Wir wollen Gerechtigkeit für jedermann und das heißt vor allen Dingen, wir wollen euch, liebe Freunde, die ihr dieses Land, das Rückgrat dieses Landes seid, wir wollen, wir wollen, dass euch Gerechtigkeit widerfährt, wir wollen, dass eure Werte, eure Überzeugungen und eure Identität wieder der Maßstab dafür ist, was in Sachsen und Deutschland passiert, weil wir glauben, dass ihr es verdient habt und weil wir glauben, dass das unser Land zu einem besseren Land macht. Und für diese sehr einfache Politik lasse ich mich doch gern beschimpfen. Von wem denn? Von Claudia Roth? Von Sachsen Schäbli? Oder von Ursula von der Leyen? Meine Güte! Wer hat Angst vor solchen Leuten? Wir wissen, was wir haben. Meine Damen und Herren, wer es einmal geschafft hat, wie die Menschen in Sachsen und hier ging es los, die DDR vom Acker zu heben und bitte, auch Erich Honecker war keine Leuchte, aber ich hüte ihn doch für intelligenter als Herrn Maas. Wir sollten ja Gäste aus dem Saarland anwesend sein, es ist ein schönes Land im Saarland, aber bitte hört auf, uns Politiker zu exportieren. Wir können es selbst am besten. Und wir können es deshalb selbst am besten, meine Damen und Herren, weil es niemand so gut mit uns meint wie wir selbst. Das mag egoistisch klingen, aber so ist die Welt. Wir wissen doch, was wir an uns haben. Wir wissen, was wir wollen und wir meinen es gut mit uns selbst. Nicht, weil wir die anderen nicht mögen, aber weil das ganz natürlich ist. Und deshalb ist meine große Bitte, engagiert euch. Dieses Land verdient es, dass wir mit unseren Qualitäten und unserem gesunden Egoismus es selbst in die Hand nehmen. Wir brauchen nicht irgendwelche Schlaumeier von sonst vorher, die uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. In der Regel meinen sie es nur gut mit sich selbst und nicht mit uns. Und ihre Konzepte werden nicht zu unserem Besten, sondern zu deren Besten sein. Und ich glaube, so schlau wie die sind, für alle mal und mit Gemeinsinn, mit Patriotismus, mit dem Bewusstsein, dass wir nicht nur das Volk, sondern ein Volk sind. Und mit der guten Schulbildung im Rücken, die wir alle genossen haben, auch ein großer Vorteil, wenn man in Sachsen aufwächst. Mit der guten Bildung im Rücken, was Deutsche alles hinbekommen haben. Ich will jetzt nicht Bismarck zitieren, was die Deutschen alles fürchten und was nicht, aber wir fürchten ziemlich wenig, meine Damen und Herren. Mit Selbstbewusstsein, Optimismus, mit Glaube an die Tradition und mit der Verantwortung vor den vorangehenden Generationen. Mit dem Gedanken an die kleinen Kinder. Mir hat erst ein Parteifreund seinen Enkel im Kinderwagen gezeigt. Für ihn machen wird. Er soll hierbleiben, weil er hier eine Zukunft hat. Und diese Zukunft, die schaffen wir. Und es schaffen nicht die Grünen. Und es schafft nicht Frau von der Leyen. Und es schafft auch nicht Donald Trump. Es schaffen nur wir selbst. Mit diesem Bewusstsein, mit diesem Bewusstsein haben wir einmal Deutschland verändert und verändern es ein weiteres Mal. Mit diesem Bewusstsein haben wir einmal gegen die Schlauberger in den Redaktionsstuben gewonnen und gewinnen es wieder. Mit diesem Bewusstsein haben wir einmal der politischen Klasse die rote Karte gezeigt und sie in die Arbeitslosigkeit geschickt und schicken sie wieder hin. Und mit diesem Bewusstsein ist Deutschland schon oft groß geworden und ein friedliches, ein attraktives Land geworden. Und es wird es wieder werden. Und wir sind diejenigen, die diesen Geist, diese Flamme, diese Überzeugung weitertragen wollen. Wir sind die Guten. Wir lassen uns nicht verspotten. Wir lassen uns nicht demütigen. Wir lassen uns nicht entmutigen. Wir wissen, was wir wollen. Wir wissen, was wir können. Und wir wissen, dass wir gewinnen werden. Vielen Dank. Vielen Dank.